Herzlich willkommen zu Blickwinkel. Heute stellen wir die Frage, ob innerorts ein generelles Tempolimit von 30 km pro Stunde eingeführt werden sollte. Im Mändiger Stadtgebiet gilt inzwischen überwiegend Tempo 30, unter anderem haben sich auch die Städte Meckenheim und Rheinbach sowie Neuwied, Andernach und Koblenz bereits der Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten angeschlossen. Aber macht Tempo 30 innerorts überhaupt Sinn? Oder reicht die jetzige 50 kmh-Regelung aus? Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Unfallrisiko kann durch eine reduzierte Geschwindigkeit erheblich gesenkt werden. Außerdem wird der Straßenlärm reduziert und die Schadstoffbelastung gemindert. Für die Anwohner bedeutet dies eine verbesserte Lebensqualität. Kritiker haben jedoch Angst, dass sich die Fahrzeiten für Autofahrer und den ÖPNV verlängern. Dies wäre vor allem für Berufstätige eine Belastung. Außerdem kann die Effizienz von Verbrennermotoren bei 30 km pro Stunde auch geringer ausfallen als bei höheren Geschwindigkeiten. Was haltet ihr von einem innerörtlichen Tempolimit von 30 km pro Stunde?